Kann ich eine Aufgabe machen? Irgendwas? Irgendwas? Irgendeine Aufgabe? Komm! Ja! Ich habe eine Aufgabe! Das müsste Upload sein, oder? Am 5.6. um 14 Uhr ist es ein allerletztes Mal soweit. Ich bringe mein limitiertes Among Us Merch Paket heraus. Ihr könnt natürlich wieder auswählen zwischen Hoodie und T-Shirt und zu jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte dazu und einen Pad-Turnbeutel, wo ihr Sachen verstauen könnt. Es gibt nur 500 Pakete und beim letzten Mal waren bereits nach 40 Minuten über 500 Pakete ausverkauft. Wenn ihr also was haben möchtet, seid auf jeden Fall schnell und schaut am 5.6. auf pad-shop.de vorbei, denn es wird das letzte Mal sein, dass ich Among Us Merch herausbringe. So Leute, wir werden heute mal tatsächlich Among Us einfach blind spielen. Ich habe so eine Schlafmaske am Start und ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Mit am Start sind auch wieder ganz viele Zuschauer hier. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich habe extra nur einen Poster eingestellt und ich würde sagen, Leute, wir legen mal los. Ich mache nochmal ganz kurz das Ganze hier vor. Die bomben dicht, da sieht man wirklich nichts durch. Nicht, dass ihr denkt, ich sehe irgendwas durch. Ich sehe tatsächlich nichts durch. So, also Leute, das ist doch... Also besser geht es gar nicht. Nicht schlafen und zocken. Oh mein Gott. Ich glaube, aber starten sollte ich schon. Warte mal, starten muss ich schon. Ich sehe nicht, wo starten ist. Okay, Leute, gut. Es fängt jetzt schon an dabei. Ich weiß natürlich nicht, wer Imposter ist und wer nicht oder wer schon Imposter ist oder ob ich vielleicht Imposter bin. Okay, ähm, bin ich Imposter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ich laufe mal nach rechts. Ich muss anhand von den Sounds erkennen. Ich muss die Sounds ein bisschen lauter machen. Oh Gott, ob ich überhaupt eine Aufgabe schaffe. Ah, ich glaube, ich renne gegen eine Wand. Oh. Oh, oh, oh. Das hört sich gut an. Ich glaube, ich bin jetzt in Navigation. Ich soll... Nee, in Weapons. Oder? Bin ich in... Ja, ich müsste in Weapons sein. Und... Habe ich eine Aufgabe? Boah, Leute, im Nachhinein wird mir das wahrscheinlich so komisch sein. Hey, das muss doch... Das hier... Das muss doch... Leute, bin ich... Kann ich jemanden killen? Nee, ich kann... Also, wenn ich Q drücke, passiert nichts. Hä? Wo bin ich? Hä? Nee, Moment, jetzt müsste ich doch... Jetzt müsste... Wo bin ich denn? Warte mal, jetzt müsste ich in... Äh... Unter Weapons, oder? Müsste ich unter Weapons sein, oder? Jetzt müsste ich, glaube ich, links nach... Warte mal, wenn ich jetzt links laufe, müsste ich doch zu... Zu... Oh, zu. Oder? Das würde... Das würde Sinn ergeben für mich. Oh, lol. Nee, das passt, glaube ich, vorne und hinten nicht. Das... Jetzt bin ich... Alter, wo bin ich zur Hölle? Wo bin ich zur Hölle? Oh mein Gott, hä? Alter, warte mal, ich glaube, ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren, Leute. Ich muss einfach kurz mich orientieren. Was? Ich bin in Storage? Okay, okay, gut. Ähm, jetzt habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt. Aber ich weiß auch, dass ich Crew-Aid bin. Ja, gut. So, das heißt, jetzt müsste ich jeden Moment in Electrical sein, ne? Und... Nee, ich bin jetzt in Engine. In Engine, weil das höre ich an den Sounds. So, runter. Rechts. Hoch. Hoch. Jetzt müsste ich... Okay, irgendjemand ist gestorben, Leute. Irgendjemand ist gestorben. Ähm, gut. Da werde ich jetzt einfach mal ganz normal mit diskutieren. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich werde einfach mal so tun, als hätte ich alles gesehen. Weil die Zuschauer wissen nicht, dass ich blind spiele. Das heißt, die denken jetzt einfach, ich bin lost. Electrical. Ich war in O2. Start. Ich glaube, ich... Ah, kann ich nicht schreiben? Ah, doch, ich kann schreiben. Sehr gut. Und ich war in... Äh, nee, warte mal. For Electrical. Doch, for... Ich war... Äh, war for Electrical. Wer ist denn überhaupt gestorben? Ich weiß gar nicht, wer gestorben ist. Meini ist gestorben. Na, Leute, ganz ehrlich. Also, ich kann hier eh nicht meinen Senf dazugeben, weil ich gar nichts gesehen habe. Schade, keine Mod. Ich skip mal. Einer ist geläftet. Wer ist geläftet? Zuturg ist geläftet. Okay. Ja, gut. Dann skippen wir einfach mal, würde ich sagen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas Verrücktes schon mal gemacht habt. Einfach blind Among Us spielen. Ich weiß halt nicht, wo ich spawne. Das ist das Problem, ne? Das ist wirklich das allergrößte Problem. So, ich, äh... Ja, ich will aber auch nicht gucken, wo ich gespawnt bin. So, ich laufe mal nach rechts. Da höre ich keine Sounds. Das heißt, der Tisch müsste rechts von mir stehen. Ich laufe nach links. Das geht. Ich höre aber keine komischen Metallplatten. Oder? Höre ich Metallplatten? Doch! Okay. Jetzt müsste ich auf den Weg... Warte mal. Nach unten kann ich nicht laufen? Ne, ich bin schon Engine. Ich bin schon Engine. Okay, ich gehe mal zurück. Okay. Jetzt müsste ich... ...eigentlich... ...in Met Bay sein. Ich müsste eigentlich in Met Bay sein. Oh! Oh! Ich bin gerade in dieser komischen Reagenzglasaufgabe. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Finde ich den Knopf? Ich werde den nie im Leben finden, oder? Na, wo ist meine Maus denn, ist die Frage. So, ich gehe mal nach oben. Runter. Hä? Okay, ich bin da Aufgabe drin. Hä? Bin ich nicht? Hä? Warte mal. Oh! Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, weil ich auf meinen anderen Monitor gegangen bin. So, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Monitor. So. Ja. Was ist das denn jetzt? Das Problem ist, Leute... ...ähm... ...ich tabbe hier die ganze Zeit anscheinend aus. Also, deswegen... Hä? Okay, Leute, vergessen wir die Aufgabe. Vergessen wir die Aufgabe. Besser ist das. So. Ich will eigentlich jetzt nur noch hoch. Okay, jemand macht ein Meeting. Ich habe, wie gesagt, nichts gesehen, außer, dass ich jetzt unten da in Met Bay war. Leute, es ist so verrückt. Ich habe Pads beschützt. Ich sage dir natürlich nicht, dass ich nichts sehe. Ganz wichtig. Ich war in Met Bay. Er hat bestimmt wieder Leute kontrolliert. Und ich möchte zeigen, dass ich Crewmates bin. Warum? Ich in Electrical... Das Ding ist halt einfach, ich kann hier austappen. Ihr seht, wenn ich mit dem Mauszeiger nach links gehe... ...der ist raus. Und wenn ich dann austappe, dann ist das Problem, dass ich halt nicht mehr das Spiel treffe... ...und ja, dann theoretisch irgendwas auf meinen linken Monitor mache... ...wo halt nichts passieren wird. Das wäre wirklich perfekt, Leute. Und weiter geht's, ne? Weiter geht's. So, ich kann nach rechts laufen. Oder? Ah. Aber wenn ich jetzt dann links laufe... Alter. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin, Leute. Ich weiß einfach nicht, wo ich bin. Das ist hier gerade das Problem. Doch, jetzt bin ich in... Ich bin in Engine? Hä? Wie bin ich in den Engine hingekommen? Hä? Warum bin ich in Engine drin? Hä? Bin ich in Engine? Also, ich hab doch gerade den Motoren-Sound gehört. Das kann doch gar nicht sein. Hä? Leute, wo laufe ich hier gerade ins Lang? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade entlang laufe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss einmal ganz was gucken. Ich bin in Weapons? Okay. Okay, gut. Gut, in Weapons bin ich. Dann weiß ich wenigstens so ein bisschen, wo ich jetzt bin. So, ich laufe mal runter. Jetzt bin ich hier nach links. Müsste ich jetzt, äh, nach, nach Auto laufen. Rechts weiter runter. Runter. Und jetzt. Hä? Ah. Und jetzt müsste ich in Navigation sein. Oh, was? Hä? Äh, lol, hab ich ne, hab ich ne Leiche reportet? Ne, hab ich nicht. Okay. Hä? Ich glaub, ich war gerade mit On-Hacks, oder? War ich nicht gerade mit On-Hacks? Ich, ich glaube schon, oder? Navigation. Lol, ich war einfach in dem Raum, wo die Leiche war. Pat kontrolliert Leute. Ich mache gar nichts. Hä? Was soll ich tun? Ich kontrolliere Leute? Ich habe doch nichts gemacht. Was, äh, wie, was meinen die mit ich kontrolliere Leute? Hä? Wenn wir Pat voten. Ich bin es halt wirklich nicht. Lauft mir doch hinterher. Skip. Skip. Wie hab ich jetzt? Kippie, kippie, kippie geschrieben. Kippie, kippie. Als ob mich einfach zwei gevotet haben. Also, weiß, On-Hacks und pink. Auf jeden Fall Unehre, ne? Unehre. Boah, ich bin so gespannt, wie das am Ende aussieht, wenn ich, äh, wenn ich mir das Video anschaue im Schneiden, ne? Sonst laufe ich rechts. Oh. Na? Jetzt, ja, jetzt bin ich safe in Navigation. So, jetzt bin ich in, äh, zwischen O2 und Navi. Jetzt müsste ich kurz vor Navi sein. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ja, jetzt. Kann ich hier ne Aufgabe machen? Irgendwas? Irgendwas? Irgendeine Aufgabe? Komm. Ja, ich hab ne Aufgabe. Das müsste Upload sein, oder? Leute, lasst mich einmal ganz kurz nachschauen. Okay, es ist nicht Upload. So, jetzt muss ich irgendwie blind treffen. Das Problem ist halt echt, ich kann immer austappen aus dem Among Us Fenster. Okay, das war schon mal falsch. So. Okay, neuer Versuch. Schaffe ich es? Irgendwie? Komm. Ich will nur das Flugzeug treffen. Ah Mann, das Raumschiff meine ich natürlich. Okay. Hoch. Runter. Hier bin ich im Fenster, oder? Ne, hier bin ich nicht im Fenster. Hier auch nicht? Hier bin ich im Fenster. Lass mich das Raumschiff doch einfach treffen. Das ist ja so frustrierend. Also, Leute. Einmal, einmal das Raumschiff treffen. Einmal das Raumschiff treffen. Bitte, gönn doch. Gönn, ich will das Raumschiff treffen. Ey, bitte. Mann. Es kann halt echt nicht. Es kann halt echt nicht. Wahnsinn. Ich hab noch wieder nichts gemacht, Alter. So, Catboss. Catboss hat es reported. So, und was ist jetzt? Was ist jetzt deren Problem? Was ist jetzt deren Problem? Wow. Wow, schreibt German Boy. Ja, wow. Das denke ich mir auch. Catboss hat es die ganze Zeit AFK. Also, ich denke, er kontrolliert Leute. Ich bin nicht mal AFK. Ich bin nicht AFK. Ich sehe nichts. Ich schreibe jetzt einfach, dass ich nichts sehe. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Wenn er es jetzt wirklich am Ende ist, dann lache ich mich kaputt. Dann habe ich einfach den Imposter gefunden, obwohl ich blind bin. So, jetzt wird er rausgevortet und was ejected. War er es? War er es? Ah, Mann. Okay, jetzt habe ich gesehen, wo ich stehe. Gut. Leute. Auf mein neues. Komm, wir versuchen nochmal die Navigation-Aufgabe. Er war es auf jeden Fall nicht. Als ob man hier nicht durchkommt. Oh, es wird sabotiert. Ey, wo wird denn sabotiert? Wo wird sabotiert? Okay. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ey, Leute. Ich höre nichts mehr. Meine Ohren, die dröhnen einfach. Ich müsste jetzt noch in Cafeteria sein, glaube ich. Wo zur Hölle bin ich? Ich wurde getötet. Einer hat mich getötet. Einer hat mich getötet. Ich tippe jetzt einfach mal. Es ist weiß gewesen, der mich gevotet hat. Und? Liege ich richtig? War es weiß? Achso, ich weiß ja gar nicht, wer mich gekillt hat. Ah doch, der Report hat. Es ist Writebook. Writebook hat mich getötet. Ripped, mein Freund. Writebooks. Oh, die sind, glaube ich, gerade hintergekommen, oder? Schreibt OnHacks. Hast du nicht gemacht, Gelb? Loh, ich glaube, die haben es einfach gesehen. Kann das sein, dass die es gesehen haben? Hast du nicht gemacht, Gelb? Also German Boy sagt auf jeden Fall, es ist gelb. Und die hauen auch gelb raus. Ey, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie die mich gekillt haben, wenn ich das Video gleich schneide, ne? Beziehungsweise wie er mich gekillt hat. Weil es muss gelb sein, weil die Person sofort reportet hat. Das heißt, ja, okay, es war zu erwarten. Naja, gut. Leute, also, soviel zu der Thematik. Das war Among Us blind spielen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht machbar. Ich hab nicht mal eine Aufgabe geschafft. Nicht mal eine Aufgabe geschafft. Ach man, wie gerne hätte ich eine Aufgabe geschafft. Aber Leute, ich hoffe, ihr seid nicht blind, denn ihr könnt jetzt mal gerne den Like- und Abo-Button treffen. Das ist mega einfach, wenn man nicht blind ist. Also, gerne machen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann, Leute. Und ciao. Bis dann, Leute. 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 Bis dann, Leute.